ja hallo und herzlich willkommen auf dem kanal von planet firework freunde heute gibt es ein weiteres test video von mir und zwar geht es um den artikel beastmaster ist ein klassiker mittlerweile für 1290 absoluter must have artikel sehr zu empfehlen mehrstöckiger effekt habt ihr halt unten im fetten zweistufigen crackling feuertopf und dann am himmel um immer einen schönen fetten zerleger effekt gut am ende die letzten multi color effekte die sind jetzt nicht ganz so kräftig vom träger aber wenn man sie andersrum zündet dann wird die batterie halt richtig geil aber schaut mal selber beastmaster so 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 so